Seid gespannt, freut euch auf! Frank Bartholome, Le Coeur! Ein W18, ganz was seltenes und auch hier ein riesen Klotz von Motor und trotzdem nur zweieinhalb Tonnen Eigengewicht. Gerhard Wagner aus der Nähe von Wesel am Steuer. Ah, er kriegt ihn nicht aus Gas, der nimmt keinen Gas an. Der W will nicht die Leistung kriegt. Jetzt wird der Hebel umgelegt und Serge gibt unverzüglich Gas. Da kommt er! Der Rudel! Oh, so hat er sich verschuppert. Jetzt fängt an zu springen, klattert vor dir hin, Green Monster, Dirk Wessel. Der Rudel! 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 Der Rudel!